Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Amnesia. Und hopp. Hier haben wir eine Maschine, die wir uns noch nicht angeguckt haben. Ähm, ist hier oben irgendwas? Nope. Nope, nope, nobody nope. Truhe, aha, aha, aha. Okay, aktivieren wir den Schalter. Guck mal, hier sind schon wieder so eine Spulen drin, aber hier ist noch alles in Ordnung. Kann mir aber gut vorstellen, dass da bei manchen auch wieder einfach was kaputt ist. Na los, hopp. So, einfach mal hier runter, die Abkürzung nehmen und jetzt ist wahrscheinlich das Tor hier offen. Genau, und weiter geht's. Weiter geht's. Hallöchen. Oi, oi, wieder Erdbeben. Maschine ausgegangen. Ich kann mir schon denken, warum. Wir gucken mal ganz kurz, ob ich richtig liege. Na, na, verdammt, ich hab's geahnt. Dann vielleicht doch nicht ganz so schnell. Hopp. So, Vorsicht, 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 nicht runterfallen. Und jetzt ist hier aus, richtig? Kaputt gegangen? Nein, ich liege falsch, verdammt. Das hat sich doch angehört. Als wenn da wieder was kaputt gegangen ist. Okay, dann hab ich mich geirrt. Dann hab ich mich geirrt. Dann gucken wir einfach ganz normal weiter. Ich dachte, ich hätte jetzt mal einen hellen Moment. Den war wohl nicht so. Oh, Giftgas oder so. Vielleicht kippen wir tot um und das Spiel ist vorbei. Das war Amnesia 2. Schön, dass ihr das Spiel gespielt habt. War voll aufregend und so. Okay, hier ist das nächste Tor. Verdammt, und ich hab noch nichts gesehen, was wir machen können. Hier? Habt ihr was Schönes gesehen? Okay, bringt uns das was, wenn wir hier drauf sind? Wahrscheinlich nicht. Ah, ach so, hier ist noch eine Treppe. Okay. Ich hab nichts gesagt. Nicht schon wieder einbrechen, reicht langsam. Da ist wieder eine neue Maschine. Und die wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Dann war die, dass die gerade den Code Schluss bekommen hat. Moment. Raus da. Oi, 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 oi. Reicht wieder. Alles okay? Warum ist die Musik so? Ich lese mal die Notizen. Noch mehr elektrische Sabotage. Und noch ein manipulierter Sicherungskasten. Dieser Kerl sabotiert ziemlich gründlich. Äh, wenn auch etwas monoton. Der Gestank dieser Fässer macht es einem recht unbehaglich. Ich hoffe inständig, dass die Substanzen, die in dieser Fabrik aufbewahrt werden, kein bezeichnendes Merkmal der Überschwemmung sind, die meine Kinder bedroht. Wollen wir hier nochmal lang gucken, ob hier vielleicht nochmal so ein Ding liegt? Wahrscheinlich ja nicht. Wahrscheinlich kriegen wir die Tür jetzt wieder nicht auf. Doch, kriegen wir. Oh, wow. Oh, wow, es geht sogar... Scheinbar relativ weit runter. Okay, ah, da hinten ist so ein Ding. Holen wir uns eins. Alles super. Oder hat mich jemand bemerkt? Wahrscheinlich nicht, ne? Handwerker spielen ist doch auch was Schönes. So. Alles wieder fit. Wahrscheinlich geht jetzt da hinten das Tor wieder auf. Ich warte mal, bis es anfängt zu wackeln wieder alles. Wackelt nicht. Okay. Gehen wir erstmal die Treppe hier hinten runter. Einfach runter. Ganz gemächlich ein Schrittes. Oh, hier ist eine neue Notiz. Von Reichenbach schreibt über die Lebenskraft Ott, während diese ignorante Scharlatanin, Blavatsky, über die Seele dozierte. Schwachköpfe sind sie, alle beide. Wie man nur auf den Gedanken kommen kann, derartige Perfektion erreichen zu können, ohne vorher durch Erbrochenes und in der Reihen zu warten, ohne auf einem knöchernen Bau zu stehen. Montezuma war diesbezüglich weiser. Hier aber, in unseren stehlernen Tempeln, war ich... Was? Flugenzäuge? Ach, Augenzeuge. Ah, das ist ein A. Ich dachte, das wäre ein F und ein L. War ich Augenzeuge, wie der abgetrennte Kopf eines Mannes, der erst kürzlich von einem durchgegangenen Pferdewagen überfahren worden war, eingetaucht in ein Gefäß voll Brennenburg-Lösung, die Augen öffnete und verzweifelt rief, Oh, meine Beine! Guter Mann! Wo sind meine Beine? Wo ist mein Körper? Wir überwinden selbst die Grenzen des Todes. Oh, mein toter Liebling. Oh, Lily. Für dich ist es zu spät, aber das eine verspreche ich dir. Ich werde unsere Kinder vor dem Tod retten. Und falls notwendig, so werde ich sie mit diesem wundervollen Gebräu aus der Finsternis zurückholen. Brennenburg war der Ort, wo die erste, wo das erste Amnesia spielte. Das heißt, es hat da mit dieser Lösung wahrscheinlich von damals zu tun. Ich kann mich aber auch gar nicht mehr so richtig an diese Lösung erinnern. Scheinbar kann sie irgendwie Tote wieder zurückholen. Kriegen wir... Ah, okay. Ich denke mal, ich weiß, wo wir sind. Da, wo wir schon versucht haben, reinzugehen. Oh, oh, da war was. Definitiv. Ich tippe ja mal auf ein Schwein, aber es sah nicht aus wie ein Schwein. Ah, ich hab's gesehen. Es sah mehr so aus wie so ein gebuckelter Wehrwolf in Miniform. Sowas in der Art. Na gut, ich will mal gucken, ob da hinten jetzt das Tor offen ist. Ey, 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 Lampe. Mach keinen Scheiß. War da schon wieder was? Ein Schwein? Oh Mist, das Tor ist... Ach nee, das war konsequent unten, oder? Wo war das andere Tor? Hier. Das ist auch noch unten. Beziehungsweise das ist... ein neues Tor, was unten ist, oder? Konnten wir nicht vorher hier sogar noch lang? Okay, wo können wir denn jetzt noch lang? Wahrscheinlich haben wir noch relativ viele Wege. Tup, 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 tup. Machen wir mal die Tür hier zu, dann kann das blöde Schwein von eben nicht mehr hier reinkommen. Wenn es denn ein Schwein war. Ich nehme mal an. Allein wegen dem Titel. Und wegen den ganzen Schweinsmasken. Okay. Das hörte sich nach einem Monsterschwein an. Ich glaube, wir müssen tatsächlich hier lang. Da lang ist das Schwein gelaufen, ne? Gehe ich auch mal von aus, dass wir hier lang müssen. Hier ist das... Tor wieder runter. Ist da gerade wieder was lang gelaufen? Ich gucke mal gerade in dem Moment weg. Amnesia, so kann ich mich nicht gruseln. Ihr müsst warten, bis ich auch hingucke. Okay. Oder ich bilde mir das ein. Dann ist der Grusel wahrscheinlich gelungen. Muss ich jetzt den Weg zurück gehen, oder was? Warum sollte ich? Ist hier irgendwas Interessantes noch? Ich glaube nicht. Weil ich mir nicht sicher bin, ob dieses Pfeifen schon konsequent die ganze Zeit war. Muss nicht zwingend sein. Okay, Tür ist zu. Damit sind unsere Wege auch wieder ein bisschen eingegrenzt. Ist ja im Prinzip immer was ganz Gutes, wenn Türen zu sind. Dann weiß man auf jeden Fall. Hier geht's nicht lang, mein Freund. Hier geht's nicht lang. Hier war ja jetzt auch nichts weiter drinne. Gut. Müssen wir mal gucken, ob wir was Neues finden. Also hilflos wie beim letzten Mal bin ich noch nicht. Aber da hatten wir ja auch nur was übersehen. Hier sind überall diese Dinger. Sind die extra so versteckt, dass man sie leicht finden kann? Oder warum? Wird ja wahrscheinlich so sein. Hier die Schaufel. Komm, damit hätten wir das Schwein jagen können. Das wäre viel lustiger gewesen. Als es einfach nur rumströmern zu sehen. Wir können auf jeden Fall das Tor wieder aufmachen. Könnten wir. Maschine ist noch in Ordnung. Das hatte doch damit zu tun, mit diesem Hochzieh-Dings, oder? Einfach mal wieder rückwärts. Guck, jetzt ziehen wir es hoch. Achso, das ist runtergefallen wieder. Scheinbar. Jetzt müssten wir vielleicht auch wieder zurückkommen. Habe ich ja echt mal helle Momente, was? Wenn dem jetzt so sein sollte. Nein! Nein! Hier kommen wir auch nicht durch. Hm. Kommen wir jetzt von hier gerade? Bin mir nicht sicher. Wenn wir gleich wieder beim Telefon stehen, wissen wir es. Ja, hier ist doch das Telefon um die Ecke, oder? Jupp. Gut, dann kommen wir von hier. Dann machen wir die Tür wieder zu. Damit wir uns das vielleicht dieses Mal merken. Aber wo können wir denn jetzt noch lang? Hier nicht. Ach ja, wir können den Weg wieder zurückgehen. Stimmt. Die eine Tür hatten wir ja jetzt geöffnet. Ich hätte ja jetzt aber angenommen, dass wir hier wieder was machen müssen. Kommen wir erstmal hier zurück. Die Treppe wieder hoch. Hier hinten war jetzt nichts mehr, oder? Ich gucke mal sicherheitshalber nochmal nach. Nur wieder tote Ratten. Blutende tote Ratten. Das sollte man vielleicht dazu erwähnen. Tote Ratten sind ja sicherlich nichts Ungewöhnliches. Die müssen ja auch irgendwann mal sterben. Aber die wurden ja scheinbar angegriffen. Auf jeden Fall. Hm. Tippeldi, tippeldi, tipp. Hier ist diese Maschine. Ach, muss ich die wieder? Aha. Aha. Da ist wieder was langgelaufen. Das waren aber diesmal unsere Kinder, oder? Waren das schon die ganze Zeit unsere Kinder? Kann sein. Ja, scheint so. Äh, hier stinkt es wieder so eklig. Kinder, ich komme. Ich komme, ich bin auf dem... Gehst du jetzt mal hier lang? Auf dem Weg. Ja, okay, hier waren wir definitiv noch nicht. Ui, ist ja ekelig. Ist ja ekelig. Ob wir mal hier unten kurz... ...reingucken. Halt still, für Gott's sake, halt still, child. Don't let it get into your eyes. I'm gonna rinse it out now. There. It will be fine. You just need to lie down. Kenok, look to your brother. How many times have I told you not to play in the cellar? Ah, okay. Deswegen... Die waren wahrscheinlich irgendwie im Keller und haben irgendwas... ...in die Augen bekommen. Irgendeine Substanz oder so. Kommen wir hier nicht rüber? Okay. Dann gehen wir außen rum. Ist ja auch eine Möglichkeit. Obwohl mir das hier bekannt vorkommt. Waren wir hier nicht schon? Kein Plan. Okay, hier ist auch offen. Irgendwie habe ich langsam wirklich das Gefühl, dass ich zu fett bin. Denn eben passten wir schon wieder nicht so richtig durch die Tür. Wäre das jetzt eben der Weg gewesen, den wir noch weiter hätten gehen können? Sind wir schon den richtigen gegangen gleich? Gut möglich, ne? Okay, sind wir nah dran, oder was? Scheint ganz so. Oh, Moment. Hier haben wir noch was Schönes. Extraordinary. Extraordinary. Quite extraordinary. Und du hast es alles gebaut. Der Gäste. Du hast es besucht. Es ist wunderbar, wie die Tragedie die Meinung fokussiert. Was noch was ich noch tun habe? Falle in der Griefe, Pine und Fade in meiner Hoffnung? Warum nicht dann einfach sterben in der Jungle zwischen diesen mittenen Tempeln? Okay. Wenn wir das drehen, wird sich das wahrscheinlich öffnen. Und mal sehen, was uns dahinter erwartet. Das werden wir im nächsten Part sehen. Bis dahin. Und tschüss. Ich hoffe, ihr findet es zumindest spannend. Der Schrecken versteckt sich noch. Stand auch in den Kommentaren. Sehe ich im Moment noch genauso. Es ist... Man gruselt sich vielleicht ein bisschen. Die Atmosphäre ist ganz schön. Das ist ganz okay. Ganz gut. Aber so das richtige Wumms dahinter fehlt noch. Mal sehen, ob uns das vielleicht hinter diesem Tresordeckel oder was auch immer das sein soll. Schleusentor. Keine Ahnung. Erwartet. Ich hoffe mal. Bis dahin. Und tschüss.